Dienstag, 21. November 2017, 1655 Uhr, Simbabwe, Präsident Robert Mugabe hat seinen Rücktritt erklärt. Days teilte Parlamentspräsident Jakob Munda mit dem Nachhabeder langjährige Staatschef seine Entscheidung in einem Brief verkündet, als die Nachricht im Parlament verkündet wurde, brach unter dem Abgeordneten Jubel aus, in dem Schreiben hieß es, er habe die Entscheidung zum Rücktritt freiwillig getroffen, um einen unblutigen Machtübergang zu gewährleisten. Einen Nachfolger benannte er in dem Papier nicht, er werde Schitspolt selbst öffentlich äußern, hieß es weiter, Mugabe war fest 40 Jahre an der Macht, das Parlamenterteam Dienstag bereits saschte Schritte eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Mugabe eingeleitet, der Prozess wurde nach der Bekanntgabe des Rücktritts abgebrochen, das Militär hatte ihn Simbabwe Mitte vergangen, er brach die Macht übernommen und Mugabe unter Hausarrest gestellt. Die Regierungspartei Senup wählte Mugabe am Sonntag als Vorsitzenden Napp und schloss ihn aus Trapatei aus, Mugabe hatte das ehemalige Rhodesian 1980 in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien geführt, er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde, seine Gegner werfen ihm in den autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für Misswirtschaft verantwortlich designierter Nachfolger forderte Rücktritt ein Ultimatum seiner Partei. Bis Montagmittag freiwillig zurückzutreten, hatte Mugabe trotz Massenprotesten noch verstreichen lassen, sein designierter Nachfolger Rämmerschen Mnangakwa forderte Mugabe am Dienstag auf die öffentliche Meinung zu respektieren und aufs Einnahmen zu verzichten. Ein Rücktritt Mugabes würde es Simbabwe ermöglichen, voranzukommen und sein Erbe zu bewahren. Mugabe hatte Mnangakwa Anfang November entlassen und versuchte, seine Frau Rays stattdessen als Nachfolgerin aufzubauen. Das unterband das Militär nun, Mnangakwa hat es inzwischen nach Südafrika abgesetzt. Am Dienstag erklärt ihr, dass er erst nach Simbabwe zurückkehren werde, wenn sie Inesicherheit gewährleistet CI.